Es nimmt einfach kein Ende für Nancy Faeser aktuell, denn ein neuer Medienskandal erschüttert jetzt Deutschland, bei dem Publik wurde, dass das Innenministerium bis zu einer Million Euro für ein Projekt namens Ja der Nachricht gefördert hat, wo unter anderem die deutsche Presseagentur mit beteiligt ist und wo man gegen Desinformation über zum Beispiel den Ampelstreit vorgehen will. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Also, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, die dpa, die deutsche Presseagentur, soll bezahlt von der Bundesregierung, also vom Innenministerium, gegen Fake News über die Bundesregierung vorgehen. Genau das steht jetzt hier in einem aktuellen Newsartikel zu diesem Thema. Hier könnt ihr auch sehen, die Bundespresseagentur, also die dpa, die ja insgesamt zu den 175 Verlagen und Medienunternehmen und so gehört, die ist jetzt hier zusammengekommen und zwar mit einer gemeinnützigen GmbH, Use the News nennt die sich. Hier steht es ja auch drin, wir machen 2024 zum Jahr der Nachricht. Es geht hier eigentlich darum, junge Erwachsene für den sicheren Umgang mit Nachrichten und so weiter zu fördern. Also, die sagen natürlich, nein, das ist nicht etwa irgendwie bezahlter Journalismus und so. Es geht hier also nicht darum, irgendwie Journalisten irgendwie dafür zu bezahlen, dass sie im Sinne der Regierung und so berichten, sondern es geht hier dabei vor allem darum, die Medienkompetenz junger Erwachsener und so weiter zu fördern. So, jetzt ist die spannende Frage, seit wann ist es eigentlich Aufgabe des Staates, die Medienkompetenz junger Erwachsener oder selbst Erwachsener zu fördern? Das ist einfach nicht die staatliche Aufgabe, ja. Und ich meine, der Staat, die Regierung wohl bemerkt, schafft es nicht, einen verfassungskonformen Haushalt zusammenzustellen. Ja, die können nicht mit Geld umgehen, mit anderen Worten. Jetzt wird gerade bekannt, dass das Verfassungsgericht wohl prüfen will, ob die ganzen Restsolis und so weiter auch noch gestrichen werden. Dann fehlen schon wieder ein paar Milliarden, dann muss man schon wieder kreativ werden. Sie können es einfach nicht, sie können es einfach nicht, ja. Also, warum geben sie ständig Geld aus, um ihr nicht vorhandenes Können auch noch zu retuschieren? Das ist die simple und einfache Antwort an dieser ganzen Sache. Und das Spannende auch an diesem Thema ist ja immer, dass man jetzt hier im Rahmen von dieser Newsrecherche herausgefunden hat, dass die Beteiligten selbst, also die dpa beispielsweise, keinerlei Informationen über die Finanzierung publik machen wollte. Also, die wollten einfach auf Anfrage nicht sagen, wie viel Geld es war. Ja, dabei ist das doch eigentlich das Recht der deutschen Bevölkerung, wenn staatliche Mittel aufgewendet werden, zu erfahren, wie hoch diese Mittel sind und wofür sie eingesetzt werden. Ja, ich finde es auch zum Beispiel im Rahmen von diesen ganzen Themen ja sowas von interessant. Darüber hatten wir ja zum Beispiel auch letztes Jahr berichtet, ne. Als auf einmal bekannt wurde, Nanu, dass solche Leute wie Eckart von Hirschhausen beispielsweise oder auch Dunja Hayali, ja. Oder beispielsweise ja auch ein Harald Lesch und so, nicht einfach nur vom Öffentlich-Rechtlichen und so bezahlt werden, sondern dass beispielsweise für einzelne Vorträge und so, zum Beispiel hier zum Thema Impfungen und so, Eckart von Hirschhausen auch von der Regierung bezahlt wurde. So, und jetzt muss man mal vorstellen sich, ja, ich meine unabhängig davon, dass das an sich schon höchst anrüchig ist, meiner Meinung nach, wäre es aber doch hier völlig klar, dass man das offen und transparent macht, ja. Jeder YouTuber, jeder Influencer muss halt eben Werbung, wenn er für ein Unternehmen und so weiter Werbung macht, das Ganze kennzeichnen oder wenn er bezahlt wird. So, und jetzt ist aber die spannende Frage, warum hüllt man das so in Schweigen und versucht, das dann auch noch zu anonymisieren und dann kommt man mit dem Thema Datenschutz und so weiter, ja. Das ist auch immer so diese peinliche Ausrede, wo man einfach versucht, eben hier diese Zahlungen zu verschleiern. Und das kann einfach nicht wahr sein. Und ähnlich ist es natürlich auch bei diesen ganzen Demokratie-Leben-Projekten und so. Ihr habt ja auch das alles mitbekommen mit beispielsweise den Demos gegen rechts. So, und dann gab es ja auch zum Beispiel hier diesen Flyer und diese Aufrufe damals hier, ne, Siegestor, 21.01.14 Uhr gemeinsam gegen rechts. Und dann hier unten, schaut mal, sind alle möglichen Organisationen, NGOs und so weiter hier gelistet. Nicht nur, also es gibt zum Beispiel auch die Jusos München, also auch so die Tochter-Schwesterparteien, Tochterparteien der sozusagen oder Jugendorganisationen korrekterweise ausgedrückt, der SPD, aber auch zahlreiche andere Vereinigungen und so, ne. Und viele, viele von diesen NGOs, ja, die sind wahrscheinlich ohne den Staat gar nicht überlebensfähig, ja, würde ich jetzt mal behaupten, wenn die jetzt nicht auch noch die ganzen staatlichen Förderungen und so weiter bekommen würden, dann könnten sie sich auch nicht für die ganzen Projekte einsetzen, die wohlwollend von Fäser und Paus und so weiter und so fort eben halt auch gewünscht werden, ja. Und das ist natürlich auch sehr genial und clever gemacht. Weil natürlich ist es nicht so, dass jetzt der Staat dort vorgibt, also in Form von der Innenministerin oder der Familienministerin und sagt, passt mal auf, macht doch jetzt mal bitte ein Projekt gegen die Oppositionspartei ganz konkret. Das machen sie natürlich nicht, die sind ja nicht blöd im Kopf, ja. Die machen das so, dass sie natürlich sagen, okay, welche Organisationen gibt es denn beispielsweise, die von Hause aus schon die Art und ja, Aufklärung machen, die uns genehm ist und dann fördern wir natürlich diese. Also ich sehe keine Organisation, kein NGO, der in irgendeiner Art und Weise kritisch mal berichten würde über das, was die Regierung macht, ja. Und das ist das Lustige, weil eigentlich waren doch früher immer auch so vor allem linksgerichtete und grüngerichtete Organisationen und Vereinigungen und so berühmt und bekannt dafür, gegen den Staat und gegen die Macht und so weiter aufzubegehren. Aber mittlerweile hat es eben diese Politik geschafft, diese ganzen Organisationen komplett auf ihre Seite zu ziehen, ja. Und jetzt zurück zur DPA. Die DPA ist natürlich sehr spannend, weil wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mal zahlreiche Nachrichten auch anschaut, ich meine, wie gesagt, 175 Medienverlage besitzen sozusagen dieses Outlet, ja. Und die posten permanent Nachrichten und so, das Ganze sieht dann in der Praxis so aus, ich habe zum Beispiel auch so einen DPA-Select-Zugang, ne, kann man dann zum Beispiel filtern nach Eilmeldungen, dann stehen da die ganzen Eilmeldungen und so drin, ne, was alles gerade passiert und so. Und dann kommen wir hier zum Beispiel zu den einzelnen Nachrichten, wie zum Beispiel, Raketensystem Starship kann auch dritten Test nicht abschließen, ja. Und dann steht dann hier zum Beispiel so eine kurze Ticker-Meldung und diese Ticker-Meldung ist dann quasi das Futter für viele Artikel und Nachrichten, die ihr dann überall in den Mainstream-Medien und so lesen könnt. Ne, das ist quasi immer so wie so eine Art Vorarbeit. Man könnte, man könnte es, wenn man es vergleichen will, ja, könnte man sagen, es ist so ein bisschen so, wie wenn Bäckereien das Brötchen oder das Brot und die Brezeln und so nicht selber anrühren, den Teig, die Zutaten und so weiter, sondern wenn man zum Beispiel das alles vorbacken lässt, zum Beispiel in Polen oder irgendwo am Standort, wo es sehr günstig produziert wird, ja, lässt man das alles schön vorbacken und einfrieren und dann wird das einfach bei dem jeweiligen Bäcker dann einfach nur dann aufgebacken. So, so funktioniert es ja bei vielen größeren Bäckereien und so, ne. Und so könnte man das auch hier mit den Medien vergleichen. Das heißt, die kriegen quasi da so eine Art vorgebackene Nachricht und diese können sie dann so ein bisschen mit Salz skanieren und ein bisschen aufbacken und Leute, die das dann lesen, denken oft, das ist dann quasi aufgrund der eigenen Recherche oder so entstanden. So, das ist halt die klassische Art und Weise, wie das funktioniert, kann man so zusammenfassen. So, spannend ist an dieser Stelle nur, ne, also manche Leute könnten mir jetzt vorwerfen und sagen, was machst du doch auch gerade mit News.de, ne. Und dann muss ich sagen, an dieser Stelle stimmt das auch, ja. Ich habe diesen Artikel gelesen und mache jetzt darüber ein Video, aber ich füge halt eben weitaus mehr Bausteine noch dazu, als das, was im Ursprünglichen drinsteht. Nämlich zum Beispiel die spannende Tatsache, wie das, was hier bei News drinsteht, ne, dass man eben, also die haben jetzt einerseits rausgefunden, wie gesagt, und zwar nicht dann über die dpa und auch nicht über diese gemeinnützige GmbH, sondern eben vom Innenministerium selber, die das dann eben zugegeben haben, ebenfalls, dass auch über hier diese BBPB, also die Bundeszentrale für politische Bildung, ebenfalls zum Beispiel für die News.de News GmbH weitere Zahlungen von 30.000 Euro pro Jahr geplant sind. Und es geht hier eben vor allem um das Thema Desinformation, ne, ganz wichtig, ne, denn Desinformation führt zur Selbstgefährdung, zum Beispiel durch falsche Informationen zu Impfungen und so, aber es geht auch um Thema Klimawandel, Rechtsextremismus und Ampelstreit. So, jetzt ist es natürlich äußerst peinlich, wenn auch diese dpa selbst Fake News verbreitet und Desinformation betreibt. Zum Beispiel hier, genau mit dieser Nachricht, mit dem Raketensystem. Ich habe das gerade extra nochmal bei Twitter hier auch so ein bisschen zusammengefasst, damit, ähm, damit das auch andere Leute noch sehen. Dann gehen wir jetzt mal kurz hier nochmal auf mein Twitter-Profil, da könnt ihr mir auch gerne folgen, also X heißt es ja heutzutage, ne, und da habe ich das hier von ChatGPT mal kurz gefragt. Hey, ChatGPT, was und wann ist eigentlich ein Test im Sinne eines Experiments, also eines Verfahrens, erfolgreich und abgeschlossen? So, und ChatGPT schreibt hier ganz spannend, ein Test oder ein Experiment muss nicht notwendigerweise erfolgreich sein, um abgeschlossen zu werden. Tatsächlich ist der Begriff Erfolg in diesem Zusammenhang irreführend, da das wesentliche Ziel eines wissenschaftlichen Experiments die Gewinnung von Erkenntnissen ist, unabhängig davon, ob diese die ursprünglichen Hypothesen bestätigen oder widerlegen, ja. Das muss man nämlich an dieser Stelle mal auch dann festhalten, denn, und das ist ja hier diese Nachricht, die dann auch kommt, ne, was ist gestern passiert? Das Starship, also der dritte Test, der gestern von SpaceX, der Firma von Elon Musk, durchgeführt hat, hat tatsächlich zum ersten Mal geschafft, dass diese größte Rakete, die jemals von Menschen gebaut wurde, es in den Orbit geschafft hat, ja. Diese Rakete wird die Menschheit zum Mars bringen, ja. Und jetzt schreiben aber die Medien, werdet ihr heute bestimmt in der Presse mehrfach sehen, ich kann es euch versprechen, ja, ja, das Raketensystem Starship kann auch den dritten Test nicht abschließen, ja. Und dann zu sagen, das war ein Fehlschlag. So, dieses Thema Fehlschlag, das ist dann wieder eine reine Meinungsäußerung, da kommt dann Korrektiv zum Beispiel wieder ins Spiel, weil man könnte ja sagen, naja, die Rakete ist ja dann irgendwann beim Wiedereintritt in die Atmosphäre, beziehungsweise danach irgendwann explodiert, ne, dass diese Explosion meistens bewusst durchgeführt wird, durch das Unternehmen, damit es eben an einer Stelle passieren kann, wo kein Menschenleben und so weiter, ja, eben in Gefahr kommt, ja. Das ist noch ein anderes Thema, aber das ist dann eine reine Meinungsäußerung. Aber, dass der Test nicht abgeschlossen werden konnte, ist einfach eine irrenführende Behauptung. Es ist eine Desinformation. Denn dieses Experiment diente natürlich genau dazu, Daten zu sammeln, weitere Erkenntnisse zu sammeln und Stück für Stück den Menschen halt eben vorzubereiten, auch interplanetar zu werden. Und deswegen sollte die DPA so ein bisschen besser aufpassen in Zukunft, ja, vielleicht einfach auch mal die neuen Medien besser nutzen. Ich weiß, für viele ist das eben noch Neuland, aber ChatGPT bietet auch immer wieder spannende, ja, Hinweise und natürlich ist ChatGPT nicht das Goldene vom Ei. Man muss auch hinterfragen, was dort steht und so. Aber gerade bei solchen Definitionen und bei gewissen Fragestellungen hilft es doch immer wieder.